Idril wird nicht zulassen, dass die Uruks ihren Vater behalten. Nein, sie ist eine Kriegerin und wird tun, was nötig ist. Ja, und wir werden das auch tun. Hui! Zack! Was? Hat mein Tod gerecht? Ich kenn denjenigen doch gar nicht. Schleicht hier jemand herum? Nö, schleicht sich keiner rum. Tötet nur alle. Ich bin dir die Ursache, die nötig erholen und bringt dir zum Schwein. Hallo? Auch geil. Hammer hat der Kerl. Okay. Dann begeben wir uns. Ah! Achso, man kann hier gar... Oh! Hammer hat, ey! Dann will man zu einem Auftrag gehen und schon nerven die wieder. Und mein Schwert brennt. Warum auch immer. Okay. Also darunter können wir schon mal nicht springen. Ich bin... Ah... Ah... Danke. Äh, 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 ich häng hier fest. Äh, ich häng hier fest. Hallo. Danke. Und dann halt so. Was schlägst du mich, ne? Hab ich dir das erlaubt? So, du auch einer. Gib mir die Kohle! Auf was schießt du, Junge? Hier ist keiner mehr. Gib mir die Kohle. Danke. Oh Gott, das ist ja noch arschweit. Gibt's hier kein Ding in der Nähe? Nö. Zack, komm hoch, hoch, hoch. Hey, Leute. Wenn ihr euch nicht erwartet, während die Uruks ihren Vater befinden. Ihre Jugend ist ihre Stärke und ihre Schwäche. Genau. Hey, drüber. Nö, 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 nö. Wuii. Macht vor ein bisschen? Was? Und Flash! Sorry. Entschuldigung. Komm schon. Wie die hier alle abhängen, während der draußen Krieg hängt. Super. Vor Sonnenaufgang. General Kastamir wurde von den Truppen des Hexenkönigs gefangen genommen, begleite Idril, um ihren Vater zu retten. Machen wir. Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen, mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein. Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen. Die Uruks, die wir letzten Winter fassten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Ich bin da schon voll dabei. Baranor und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Moment. Das holen wir uns doch schnell. Das liegt hier einfach so doof rum. Was? Gondor stand schon einmal dem Hexenkönig gegenüber und seither führt er einen Rachefeldzug gegen Minas Ethil. Diese Münze zeigt den siegreichen Ehrnur, den letzten König Gondors. Vor Generationen führte er nur eine Armee, die den Hexenkönig besiegte und seine Truppen nach Angmar trieb. Doch unser König wurde überheblich und der Sieg bedeutungslos. Der Hexenkönig forderte Ehrnur zum Zweikampf heraus. Ehrnur ritt von Minas Theret nach Osten und wurde nie wieder gesehen. Nur eine ganze Nation kann dieses Böse besiegen, nicht ein Mensch allein. Na gut. Ehrnur, der den Hexenkönig bekämpfte. Zweimal. Weil er die Aufgabe beim ersten Mal nicht vollendete. Äh, jo. So. Du nimmst den. Ich nehm den anderen. Zack. So geht das. So, Moment mal. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Jopp. Ja, wie kann ich den denn hier... Ihr habt viel riskiert, Idril. Vielen Dank. Ich dachte schon. Mann, da hättest du mal ein bisschen schneller machen können, ne? Hallo. Anke. Janis, klar. Ja, komm her. Zack. Moment, hier waren wir doch schon mal. Wir haben den halben Laden auseinander genommen. Machen wir das mal so. Und hier hoch. Immer von oben angreifen. Guck, guck. Guck, guck. Okay. Okay. Oh. Ah, wir gehen mal am besten. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Jetzt hätt's nicht. Ja, ich hab's nicht. Ja, ich hab's nicht. Deine Klinge ist erbärmlich. Sie könnte nicht mal Wasser schneiden. Ey. Ey. so man das ist immer so lange dauert hallo könntest du dir mal dankeschön oh wir müssen auch den anderen retten hallo abdank war die olle hat das jetzt alles hier geregelt oder was so noch zwei stück ha ha hallo mal töten ich mach den hier die restlichen wagen wir lage wachen bevor wir kassel war ja klar naja wenigstens ist das klettern hier ein bisschen schneller als in ac jede stadt in gondor hat ihre eigene rechtsprechung außer für die wichtigsten fälle solange ich lebe haben wir rechtliche angelegenheiten immer in minas itil geregelt als ich ein mädchen war war mein vater oft mit handels streitigkeiten und anderen rechtsfragen beschäftigt dann kamen die orks und fragen des gesetzes wiechen fragen des überlebens nja ein hammer ein seltsames symbol für gerechtigkeit du gehst nirgendwo in general vater du hättest nicht herkommen soll ich kam deinet wegen ich habe das alles nicht gewollt weder für dich noch für unser volk wir haben nicht immer die wahl vater aber noch können wir kämpfen du bist genau wie deine mutter komm die verstärkung wird bald hier sein was ist gerechtigkeit wenn kein hammer für den stolzen nagel schnell bevor noch mehr eintreffen vater wir schnell klar da steht direkt einer aber warum guck mal du darfst auch mal gehen wir jetzt den gleichen weg zurück wie eben ja du machst den und ich mach den was wollt ihr was wollt ihr ladies geschnitzelt das wir müssen auf alles gefasst sein schnappen dir wir holen uns jetzt den da und zwar auf die jute altmodisch hart ich brauche nämlich feine so alter schwede nein stehen da zack geht doch lady ich komm schon ich komm schon ok ja ja ich weiß es der general ist zurück öffnet das tor öffnet das tor ich kann ihn verwenden der palantier bleibt dort wo er ist die armeen von gondor werden bald hier sein du bist sicher gut kommt ja wir warten schon seit wochen auf gondor niemand ist gekommen kannst du sie mit dem stein wirklich bezwingen ja dann werde ich ihn finden auftrag abgeschlossen fähigkeitspunkt den verballern wir jetzt direkt erstmal wir müssen zurück zu kanker sie kann uns zeigen wo sich der palantier befindet der palantier ist hier der krieg ist hier wir müssen auch uns macht über minas etil schwächen machen wir aber erstmal den punkt hier was haben wir denn hier neues da unten haben wir noch was hier da unten gebrochen so los jetzt sobald deine kleve voll aufgeladen ist wird für jeden getroffenen feind macht so schön und gut wen konnte er macht ja das haben wir schon ja Moment können wir eigentlich jetzt spiel ihm ne aufträge ok machen wir das kaboom ja ich weiß was du Angst hast Tully die ring kann enslave die minds der Menschen wir müssen halten unsere purpose nicht egal was ich will nicht sie werden wie meine an die blatt wir haben das die 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 in den die ist die 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 auch die die Du kämpfst für Mordor! Du kämpfst für den Bright Lord! What new devilry is this? I come for you, Zelda Gondor. Try not to kill him too quickly. New ring. Power ring. It is not marred with his shadow. It is perfect. I strike down men corrupted by these rings. Do not become one of them. When the time comes, I will do what is needed. Submit to your destiny. Run to your master! And give him this message! I come for him! I come for him! I do not dare. I come for him! You have to do it! You have to do it!